Viele Patienten kommen in die Praxis und klagen über Spannungsschmerzen im Schultergürtelbereich oder auch in der Lende, im Lendenbereich. Und wir haben uns ganz simple Übungen ausgedacht, die Sie zu Hause ohne jedes Risiko machen können, indem Sie die Schmerzen in der Muskulatur dehnen, ganz behutsam dehnen und dabei feststellen können, dass die Spannung spürbar nachlässt. Der Alex zeigt das jetzt mal, einmal für die Lende, die Füße noch ein bisschen weiter vor, schulterbreit, auseinander. Und jetzt ist wichtig, dass er den Po ganz weit nach hinten streckt, so weit es geht und hier in dieser Stellung bleibt. Und jetzt wird er spüren, dass die Spannung hier langsam nachlässt. Und jetzt kann er versuchen, noch weiter zu gehen. Jetzt ist die Spannung wieder da und lässt dann langsam auch wieder nach. Und jetzt kann er den Po einzeln, auf jeder Seite nochmal gesondert, dehnen und damit die Lendenmuskulatur, dann die andere Seite. Und jetzt spürt er das einseitig und kommt noch besser an die Muskulatur ran. Und hier muss man dann auch ein bisschen verharren. Und dann spürt man eine deutliche Erleichterung. Und wenn man sich dann aufrichtet, dann über die Arme hochdrücken. Nicht aus dem Kreuz heben, sondern über die Arme hochdrücken. Wieder in die Senkrechte kommen. Und kann ich garantieren, es geht besser. Es ist ganz einfach und das kann man im Badezimmer machen. Das kann man an irgendeinem Stuhl praktizieren. Es ist ganz einfach und hilfreich. Dasselbe wollte ich für die Nackenmuskulatur zeigen. Der Alex setzt sich jetzt normal auf den Stuhl aufrecht, hält sich mit der rechten Hand am Stuhlbein ein und legt jetzt den Kopf auf die Seite und nimmt die Spannung auf hier der Schultergürtelmuskulatur, bleibt in dieser Haltung.